Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Mary und heute gibt es wieder ein richtig schönes Unboxing der neuen Charmy Box des Monats Januar, meine Lieben. Wenn ihr sehen möchtet, was alles in der neuen Charmy Box so drin ist, bleibt sehr gerne dabei. Und falls ihr es noch nicht getan haben solltet, lasst mir gerne ein Abo da. Das könnt ihr hier unten kostenlos tätigen. Aktiviert gerne die Glocke und gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben, denn damit tut ihr mich ganz deep unterstützen. Ja, meine Lieben, wir sind schon fast am Ende des Monats Januar angelangt, aber in diesem Monat gibt es natürlich auch wieder eine richtig tolle Charmy Box. Wir werden sie gemeinsam auspacken. Ich habe noch nicht reingeschaut. Ich bin sehr gespannt, was sich in der Januar Box befindet. Die letzten Boxen waren wie immer richtig toll und ich freue mich sehr drauf, dass ich sie euch heute auch wieder zeigen kann. Und auf diese Box könnt ihr auch wieder meinen Rabattcode nutzen. Bei der Weihnachtsbox war das leider nicht möglich, aber bei dieser Box könnt ihr auch gerne wieder meinen Rabattcode nutzen. Der ist unten für euch in der Infobox verlinkt. Genauso wie die Charmy Box Homepage. Da könnt ihr direkt bei denen schauen und euch gerne erkundigen. Das ist eine regelmäßig erscheinende Naturkosmetikbox, die immer richtig schön befüllt ist mit tollen Produkten aus dem Bereich Naturkosmetik. Das ist wirklich immer sehr interessant, was da so für Produkte und auch Marken dahinter sind. Wir wollen das Ganze jetzt einmal auspacken. Es ist wieder eine klassische schwarze Box. Ich liebe diese Boxen. Ich hebe die auch alle auf mit dem Mädel genau vorne mit diesem Herzen drauf. Also es ist wirklich auch schön gemacht, muss ich sagen. Und das Ganze kommt dann einmal so verpackt bei euch an. Also es ist nicht viel schnickschnackter. Und man riecht schon ein bisschen was durch. So kommt sie bei euch an. Also wie ein kleines Geschenk, was ihr euch immer wieder selber machen könnt. Und da ist auch direkt dabei auch der Produktbeipackzettel. Also das ist die Produktkarte für den Monat Januar. Da ein richtig süßes Kärtchen ist wieder dabei. Und bei der Produktkarte könnt ihr dann natürlich auch wieder einlesen, was für ein Produkt es sich handelt, was dann für Waren wert ist. Aber es sind auch hilfreiche Tipps immer dabei. Das kann ich euch auf jeden Fall auch sagen. Das Ganze öffnen wir jetzt einmal. Und ich bin sehr gespannt. Das ist jedes Mal aufs Neue ein richtig spannender Moment. Ich habe, wie gesagt, noch nicht reingeschaut. Wir machen das jetzt gemeinsam, meine Lieben. Oh ja, das ist wieder sehr, sehr schön gefüllt. Ich fange an mit dem ersten Produkt. Das ist von der Mark Kostnatur. Ich werde mir die Box einmal hier packen. Dann kann ich es euch besser zeigen. Es ist eine Handcreme, meine Lieben. Und zwar mit Avocado und Limette. Für jede Haut geeignet. Es sind 175 ml. Entschuldigung. Habe ich mich verlesen. Genau. Hier sind 75 ml. Das ist auf jeden Fall eine Originalgröße. Die ist richtig groß, die Flasche. Ich werde einmal dran schnuppern. Ja, man riecht ein bisschen was durch. Oh ja, es riecht super angenehm. Werden wir mal ein bisschen direkt austesten. Ich habe eh aktuell aufgrund der Temperaturen so trockene Haut an den Händen. Ihr seht das schon. Ich liebe Handcremes, die schnell einziehen. Und diese Handcreme zieht super schnell ein. Und hat einen ganz zarten Duft. Also es riecht nicht sehr stark. Es riecht nicht sehr parfümiert. Und man riecht auf jeden Fall dieses Zitrische durch. Durch die Limette. Gefällt mir auf jeden Fall gut. Ihr seht das schon. Richtig schön eingezogen. Ich werde sie auf jeden Fall austesten. Von der Marke Kostnatur. Das Naturkosmetikprodukt ist ein Bioprodukt. Ein Vegansprodukt. Mit der Duftrichtung Avocado Limette. Für jede Haut geeignet. Wir werden jetzt natürlich auch noch gucken, was das Ganze kostet. Damit ihr auch direkt eine Preisübersicht habt. Und zwar kostet diese Handcreme 1,99 Euro. Das finde ich aber super vom Preis. Für ein Naturkosmetikprodukt. Hier steht das auch. Mit Bier, Avocado und Bio-Limetten-Extrakt verwöhnt es deine Haut. Und gibt ein geschmeidiges Hautgefühl. 24 Stunden intensive Feuchtigkeit und natürliche Regeneration. Zieht schnell ein. Hinterlässt ein gepflegtes Hautgefühl. Definitiv fühlt sich super weich an. Und ist überhaupt nicht irgendwie klatschig oder so. Ihr könnt es ja selber sehen. Da ist kein Fettfilm drauf. Gar nichts. Ich liebe solche Handcremes. Die wird auf jeden Fall in meine Handtasche wandern. Gerade zu den kalten Temperaturen aktuell finde ich sowas immer richtig gut. Machen wir weiter mit dem nächsten Produkt. Und das ist auch ein Körper. Ja, eine Körperlotion von der Marke Biana. Die Marke kenne ich bereits. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Marke. Rein natürlich und wertvoll. Premium Naturkosmetik mit Traubenkernöl. Das sind 100 ml. Also auch eine sehr gute Größe wieder. Und diese Körperlotion kostet 9,95 Euro. Die Biana Produkte sind so konzipiert, dass sie der Haut helfen, sich selbst zu helfen. Sehr cool. Das verdankt Biana Naturkosmetik einen besonders wertvollen Inhaltsstoffen. Kalt gepressten Traubenkernöl. Wir wissen ja mittlerweile, was für positive Effekte Traubenkernöl hat. Diese Körperlotion ist reichhaltig, zieht schnell ein, ohne an der Kleidung zu kleben. Genau, hier ist ein bisschen was erklärt mit dem Traubenkernöl, wie das hergestellt wird. Genau, dass das schon in der Antike wegen der Heil- und Pflegekräfte geschätzt wurde. Genau, was zu der Marke selber. Und auf jeden Fall super interessant. Gefällt mir sehr gut. Und ja, Korset 9,95 Euro. 100 ml ist da drin. Körperlotion mit Premium. Genau, Premium Naturkosmetik und Traubenkernöl. Auf jeden Fall auch ein super interessantes Produkt. Gerade jetzt, Zeit, wo es so kühl ist. Ja, Creme, Creme, Creme kann ich nur sagen. Also in meiner Haut leitet es gerade nämlich auch. Also auf jeden Fall in meinem Körper und Händen auf jeden Fall. Das nächste Produkt, und das ist echt eine Marke, die ich durch diese Naturkosmetik-Boxen echt lieb geworden habe. Und zwar diese Marke, ich glaube, es wird E plus M ausgesprochen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und zwar haben wir hier einen Vitamin C Nectar. 25 ml, das ist ein Vitamin C Nectar, ein Serum. Mix & Match, das ist antioxidatives Serum neu. Genau, Mix & Match. Sind 25 ml drin. Citrisch frisches Serum. Genau, hilft bei Pigmentflecken, Fältchen, Linien. 3% Vitamin C schützt antioxidativ gegen schädliche Umwelteinflüsse. Also ist auf jeden Fall erklärt. Zur Tagespflege wenige genommenen Tropfen einmassieren. Pipette nicht berühren, das ist natürlich klar. Ich zeige euch das Ganze auch einmal. Das kommt mit dann wahrscheinlich in so ein Fläschchen, genau. Ja, also ich muss sagen, die Marke mag ich mittlerweile super gerne. Ich habe ja aktuell davon eine Augenpflege in Benutzung. Ich habe eine Fußcreme davon in Benutzung und mag ich total gerne. Mal gucken, was das Ganze kostet. Die ist so ein bisschen milchig, die Konsistenz. Ich will sie jetzt nicht direkt anbrechen. Genau, weil ich gerade noch andere Produkte in Benutzung habe in dieser Richtung. Aber das werde ich auf jeden Fall auch ausprobieren. Das finde ich auch mega, mega cool und interessant, definitiv. Das ist, genau. 1 plus M Naturkosmetik Vitamin C Nektar 25 ml. 24,90 Euro kostet das. Tiefenwirksam beugt der Zitrisch, frische Vitamin C Nektar, Pigmentflecken, Fältchen und Linien für einen strahlenden, ebenmäßigen Teint vor. Bekannt als natürlicher Collegium Booster schützt das antioxidative Vitamin C dabei die Hautbarriere vor Umwelteinflüssen, Belastung und Hautunreinheiten entgegen. Und gleichzeitig spenden hochwertige Bio-Unhaltsstoffe aus fairen Handel, vor allem trockene, anspruchsvolle Haut, wertvolle Pflege und Feuchtigkeit. Auf jeden Fall sehr cool. I plus M, wie gesagt, ist es auch eine deutsche Firma, sitzt in Berlin. Ja, finde ich auf jeden Fall auch ein super interessantes Produkt. Ja, da kann ich mich auf jeden Fall auch ein bisschen austoben dann demnächst. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Kommen wir dann zum nächsten Produkt. Jetzt kommen zwei Make-Up-Produkte, ihr Lieben. Ich sage ja, das ist einfach eine super coole, bunte Mischung oft. Und zwar ist das, nennt sich das Hero. Ich vermute, dass das ein, bam bam, ich vermute, dass es ein Pigment ist, Mineral Eyeshadow. Das müssen wir vorsichtig öffnen, aber die Farbe sieht sehr interessant aus. Das ist auf jeden Fall so meine Farbrichtung. Ah, so kommt das Ganze daher. Ich gucke mal, dass ich das aufgemacht bekomme, ihr Lieben. Das ist nämlich wie so ein kleines Pöttchen. Das könnt ihr, das ist ein loses Produkt. Ich mache mir mal ein bisschen auf den Handrücken. Ja, so ein paar Pflöckchen können wir dann mal raus machen. Also auf jeden Fall cool, die Farbe. Gefällt mir. So, ich habe das jetzt einmal, hier könntest du auch nicht ganz gut erkennen, aufgetragen. Oh ja, das ist ein richtig schöner, das ist kein richtiger Goldton. Der hat so einen leichten kupferfarbenen Shift mit drin. Das ist aber eine sehr schöne Farbe. Das kann ich mir auf jeden Fall auch als Topper auf braunen Lidschatten gut vorstellen. Von der Marke Hero habe ich noch nie von gehört. Aber zack, ja, das ist das Tolle. Ihr könnt durch die Boxen wirklich neue Marken auch kennenlernen. Also für mich ist die Marke zumindest neu. Hero Cosmetics. Mineral Eyeshadow 1,4 Gramm. 14,99 Euro. Mix & Match. Feucht oder trocken. Die pudrig, leichten, seidenweichen Lidschatten zaubern. Fantastisch intensive Farben. Also die Farbe ist auf jeden Fall intensiv. Nimm eine winzige Menge, um einen leichten Farbschimmer zu bekommen. Und, oder trage ihn nass auf für eine intensivere, ausdrucksstärkere Augenfarbe. So ist es ganz einfach. Looks mhm. Sehr cool. Auf jeden Fall finde ich das sehr interessant. Ihr könnt das, glaube ich, ganz gut hier erkennen. Das ist so ein braun, kupferiger Ton. Hier ist er einmal geswatcht für euch. Finde ich auch mega interessant. Das macht es so richtig schön. Also könnte man fast schon als Highlighter nehmen, ne? Ist natürlich ein bisschen dunkel als Highlighter, aber kann man vielseitig einsetzen. Auf jeden Fall ein sehr cooles, ein sehr cooles Mineral Eyeshadow von der Marke Hero. Kommen wir dann auch schon zum letzten Artikel, meine Lieben. Und das passt perfekt, sehe ich gerade, zu unserem vorangegangenen Produkt. Denn das ist ein, ja, ein Pinsel von der Marke Barbara Hofmann. Der eine oder andere wird die Marke vielleicht kennen. Ich kenne die Marke. Ist auf jeden Fall eine hochwertige Kosmetikmarke. Ihr könnt ja den erkennen. Das ist perfekt für den Lidschatten, denn das ist so ein schön flacher. Und könnt ihr super gut so, ja, verschiedene Produkte auch auftippen. Oder auch für die untere Wasserlinie und so ist das sehr cool. Gucken wir mal, was das Ganze kostet. Genau, der Lidschattenpinsel kostet 6,45 Euro von Barbara Hofmann. Mit diesem Lidschattenpinsel kannst du Lidschatten wunderbar auf das bewegliche Lid auftragen und perfekt ausblenden. Der flach oval geformte Pinsel eignet sich toll für das breitflächige Auftragen. Also genau, wo ich euch so gesagt habe, da könnt ihr schon aufstupfen. Pinselkopf ist mittelfest gebunden. Habe ich jetzt gar nicht angeschaut? Ja, auf jeden Fall. Ihr könnt es euch ganz gut erkennen. Ist mittelfest gebunden. Wo war ich denn hier zu stürmen geblieben? Besteht aus hauchzartem, langlebigen Synthetika. Mit Langstiel ermöglicht der Pinsel ein professionelles Handling, auch für die Korrektur der Augenbrauen oder vielleicht das Contouring im Nasenbereich. Stimmt, ihr Lieben, könnt ihr richtig schön an den Kanten ansetzen oder aber auch für die Augenbrauen, für den Innercorner. Es ist also vielseitig ein Bett einsetzbar. Der Pinsel ist auf jeden Fall auch richtig, richtig cool. Also wir haben eine wirklich coole Mischung. Wir haben Lidschatten, wir haben den perfekten Pinsel dazu. Wir haben eine Körperlotion in einer schönen Größe. Wir haben eine Handcreme, wie ihr gesehen habt. Und dann noch ein tolles Gesichtsserum. Also es wird eine bunte Mischung. Bin ich auf jeden Fall sehr begeistert wieder. Ich werde einiges direkt ausprobieren. Und ja, also die Handcreme, muss ich sagen, die riecht immer noch richtig toll. Bin ich auf jeden Fall super glücklich mit. Wenn ihr Interesse habt an der tollen Charmy Box, schaut sehr gerne bei denen auf der Homepage vorbei. Wie gesagt, auf eure Bestellung könnt ihr auch noch 10% sparen. Wenn ihr meinen Rabattgut nutzt, das ist für euch auf jeden Fall eine richtig coole Sache, wenn ihr Interesse haben solltet. Das ist auf jeden Fall eine Box, die ich euch sehr empfehlen kann, ihr Lieben. In diesem Sinne hoffe ich natürlich, dass wir uns gesund und munter auch im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut.